Die, die mir auf Instagram folgen, wissen es schon, ich musste leider ins Krankenhaus wegen meinem neuen Pony Charlie. Es ist leider ein sehr, sehr doofer Unfall passiert. Folgt mir auf Instagram, um schneller und genauere Infos zu bekommen. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich einmal sagen, dass ich sehr schockiert darüber war, wie das Internet mit diesem Unfall umgegangen ist. Ich habe mich im Internet auch noch nie so verletzlich gezeigt, wie ihr gerade hier sehen könnt. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, wie man da so böse Sachen schreiben kann. Es ist etwas passiert, das kann jedem zu jeder Zeit passieren. Bei der Vorbesitzerin war das Scheren auch vorher nie ein Problem, ich hatte mit ihr ganz viel Rücksprache gehalten und sie vorher gefragt. Ich sollte meinem Pony nämlich die Beine scheren.